Glaub mir, in Fußballgolf da rasieren nicht die, wo Fußball können da rasieren die, wo Glück haben Stark Weil, das ist kein glatter Rasen Also auf jeden Fall nicht bei uns in der Nähe Das ist Acker Sozusagen Ja gut, dann Und eigentlich das einzige, wo du Feingefühl brauchst bei dem Spiel, ist, dass du den wenn du nah am Loch, bist du ihn reinlochst Ja Ein Hole in One, fast unmöglich Nice Also ja, wenn du ein Hole in One schaffst Ich habe noch nie Fußballgolf gespielt Ich schon ein paar Mal im Leben Ich will ja auch was erleben, ne Ja, da war Fußballgolf die erste Handabstelle Natürlich Oder über den Ball springen in Rocket League Ich lag auf ihm Ich habe ihn geklärt Ich habe leider nicht nach seinem Willen gefragt aber das will, dass ich auf ihn lege Ich habe es einfach getan Könnte er als Assault durchgehen Ja, aber Ja, aber Wird nicht Oh Ich bin versichert Gegen Vergewaltiger Hallo, wer hat von sexuellem Assault gesprochen, Alter Mach, komm Du Oh Hey, das war meine Vorlage, Alter Ohne mich hätte ich den Ball nie so gut hier getroffen Hier, ohne meinen Ball jetzt schon Ohne meinen Dings Ich komme euch auch genau noch zuerst Ich weiß Ich war live dabei Ich war live dabei Live und direkt Äh, scheiße, Mann Ich habe ihm, glaube ich, sogar entjungfert Wenn das der war Ähm Taisys V-Card Ich weiß Es gibt ja tatsächlich Leute, die seine V-Card mit sich umschleppen, gell? Hä? Warum? Keine Ahnung Freestyler Alex11 Get Wrecked, Bot Lul Wild War genau so geplant Ne, tatsächlich sollte der schon reingehen Aber so sah es schöner aus Aber er hat ja auch fast gepasst beim ersten Film Ja Und er hat ja recht klappt Deshalb bin ich ja auch nur Gold 2 und nicht, äh Platon Platon Platin I don't know what I mean Ich meine, jetzt ein Nostor Oh, wie ich den über ihn drüber gelockt habe Oh, wie ich ihn weggeschuckt habe, den Gegner Oh, da wirst du mich auch aufpacken Ja, ich habe doch den Gegner weggeschuckt, dass du durchkommst Ja, ich dachte, er läuft in der Mitte Und deswegen habe ich ihn so gespielt als Anspiel Ich will den V-Card durchströmen Ja, aber wieso trägt man eine V-Card mit sich rum? Wie sieht es dann aus? Ja, es ist halt wie so eine Karte, wo halt so ein V drauf ist Äh Warum? Ich weiß nicht, irgendwie am Entscheiden zu zeigen, dass du auch hier im Vor ist Ich bin verwirrt Ich weiß auch nicht, was daran so besonders ist Gibt es dann auch Strafen dafür, wenn du das Dokument fällst? Ja Das braucht dann nämlich zur Anreise Äh Na Auch die Jungferlinseln Oh, da war es so Ich könnte jetzt was sagen, aber ich glaube, das darf ich nicht sagen Das braucht man um Ja Wenn man sie vergessen hat, dann kommt man nicht rein Dann braucht man noch Mama Das war auch geplant Ja, das war genau so geplant Ich fühle mich, wie ich die auseinanderfetzt Ja Ein schöner Arsch Ja, da war ich gerne mit dem Arsch auf mein Tor Schöner Arsch-Tor Oh, nice Das ging schnell Ja, machen wir klar, dass du wieder mal auf mein Arsch kommst